Ja klar, ganz offen an der Dreierlinie. Benzing. Sieg hintereinander. Wir werden sehen. Die Bayern in Weiß von links nach rechts in dieser... Und da blockt Reis nicht aus und deswegen die zweite Chance für die Skyliners. 100% geben müssen sich nicht schonen, weil immer wieder Ersatzleute kommen. Jetzt wird hart verteidigt. Sehr früh in ein Set-Offense im Halbfeld zu gehen. Kampferster Fett auf dem Parkett. Da haben wir den Ball. Ja, guten Fähigkeiten und tolle Ansätze, die ich auch schon beim ersten Spiel bei ihm hier letztens... Scott. Dowell. Benzing mit dem Rebound. Hamann mit dem Aufbau. Wieder Dowell und Troutman. Da gibt es heute noch richtig Ärger. Drei von drei von der Drei-Punkte-Linie der deutsche Nationalspieler. Robertson. Schönen gespielt, super. Toll gespielt, super. Tippes von Dieren-Double. Ja, und... Benzing... Ach, holen sich den Offensiv-Rebound. Etwas überhastet dann. Etwas überhastet. Ja, tolle Aktion von Marius Nolte, da wirklich noch mal zum Offensiv-Rebound nachzugehen. Auch ein bisschen Verteidigung spielen lassen. Robertson, schöne Bewegung. Wo er zu unterbinden oder häufig selber den Vorteil daraus zieht. Gibson. Das sieht nicht so aus. Robertson. Grizzerise. Fancy. Schöne Situation zum Beispiel oder mal so ein Dribble Entry, also wo man hier irgendwann ausdribbelt, also dessen Position einnimmt, ins System kommt. Gibson. Gibson. Darf sich also keins mehr erlauben. Robertson. 62 zu 51 für Bayern München. Einer muss abschließen. Schön gespielt, aber die Folgen ganz zu nutzen. Gibson Robertson. Falsche Entscheidung. Er muss den Ball und muss kreieren. Thomas. Benzing ganz frei. Troutman. Starker Einsatz. Benzing. Er hat sich nicht mehr zu tun. 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 Applaus Applaus Applaus